Applaus Meine Herren, ich wollte nicht Ihre Plätze einnehmen. Ich sitze in Loge 5. Eignen Sie das Geld für morgen, bisschen. Sieht ganz so aus, mein lieber André, als wenn gar keine anderen Plätze mehr frei, als die in Loge 5. So macht diese Jüngling meine Frechen amore. Erfährt der Kraft am Gnade, Gott. Erfährt es nicht, trifft ihm der Spott. So hat er erschöpelt, mit ein weines Kind. Skandammisch, der Rommertreue, der Räuer. Und über die alten Kulissen, alten Sänger, das alte Publikum und alles ausverkauft. Zerfümer, die Verkleidung stehend dir. Nicht gerade ein unvorstellbares Blut. Wer macht das wohl sein? 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 Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte den Zwischenfall. Die Vorstellung wird Ihnen 10 Minuten fortgesetzt. Danken der Rolle der Gräfin Christine Daillet. Frau? Na ganz ruhig, ich bin hier. Inzwischen, meine Damen und Herren, geben wir das Ballett aus dem... 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 5. 6. 10. 9. 10. 11. 10. 11. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Christine, komm mit! Nein! Du bist nach oben, Master! Du bist nach oben, Master!